Moin Leute! Da sitzen wir nun. Und hinter mir seht ihr ein Auto, das grundsätzlich jetzt immer ganz cool aussieht. Ein BMW 125i Coupé E82, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Story, die ich vor einiger Zeit mal gepostet habe, wo ich euch gefragt habe, hättet ihr Bock auf ein Projektfahrzeug E82, E92. Das Bild, was ich vom E82 gebildet habe, war schon sehr schlecht. Dementsprechend war er für den E92, aber mein Herz schlägt seit eh und je für Sonnenkollegen hier. Klassischer BMW, kurzes Heck, lange Motorhaube, Sechszylinder. Der 1,25 hat den N52 B30 Motor, 3 Liter Sauger, hört sich auch sehr geil an. Und dieser Wagen war eigentlich als Projektfahrzeug für diesen Kanal geplant. Die Idee war es, das Ganze richtig schön mit TamTam, geiler CarPorn, richtig nice in Szene gesetzt den Wagen. Einfach als Überraschung für euch, für den Support. Wir werden inzwischen jetzt fast zwei Jahre. Ja, ich hatte einfach Bock, euch zu überraschen, Dankeschön zu machen mit einem richtig geilen Projektfahrzeug und habe mir den Wagen quasi für euch geholt. Aber warum ist es jetzt kein CarPorn, sondern warum ist es so ein Statement-Video? Dazu kurzer Abriss, die Story war, glaube ich, Mitte Januar. Ich suche so einen Wagen schon seit zwei Jahren fast, wenn nicht sogar noch länger. Das Ding ist, ich will den natürlich als Projektfahrzeug auch haben, für euch auch. Aber ich will den natürlich auch privat fahren. Das heißt, er muss mir so auch gefallen, dass ich damit fahren kann. Ich habe zwei Ansprüche. Das eine ist die große Navigation und zwar nicht die Club-Navigation, sondern schon die feste Navigation und das zweite ist Tempomat. Und in dem Preisbudget gibt es gerade kaum Fahrzeuge. Cabrios mehr als Coupés, aber ich finde das Coupé einfach schöner. Auf jeden Fall habe ich dann halt nach Fahrzeugen gesucht und ein paar Kandidaten gefunden, unter anderem diesen hier. Bin dahin gefahren, um mir den Wagen vorhin anzugucken und sah soweit erst mal tipptopp aus. Ich habe mir eine Motorhaube angeguckt. Hinten Kofferraum war auch nichts angerührt, alles nach Originalzustand. Das heißt, er hatte vorne hinten keinen Bums oder so. Ich habe trotzdem den Verkäufer gefragt. Hatte irgendwie einen Unfall, von dem ich nichts weiß, wovon nichts in der Annonce stand oder irgendwelche anderen Informationen. Ich bräuchte, nee, Wagen ist tipptopp, Superwagen, hat nichts. Dann habe ich Bordbuch, Chekhov geguckt, war auch Chekhov gepflegt und so weiter. Aber die ersten Einträge waren aus Holland, Niederlande. Ich so, kommt der Wagen aus der Niederlande, EU-Import? Ne, ne, deutsch wüsste ich nicht. Also, müsste deutsch sein. Oder ist auch deutsch, sagt er. Ich so, okay, ja, okay, alles klar. Probe gefahren, vor sich ein bisschen schwammig, aber ansonsten, ich bin vorher noch kein E82 gefahren. Ich bin damals mein E61 gefahren, auch mit einem Sportpaket, also der war richtig, äh, straffe Lenkung. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, guter Eindruck und so weiter, habe ich den Wagen genommen. Stand hier erstmal rum, Vorbereitung, mit Gio gesprochen, du, ne, Carporn brauchen wir, irgendwie Wagen in Szene setzen. Wir machen was am besten und deswegen stand er jetzt hier die ganze Zeit halt einfach nur auf dem Parkplatz. Und, äh, ja, ich hatte einen Termin in Berlin, Ende letzter Woche und, äh, schrieb vorher nochmal dem Vorbesitzer auf, auf Facebook, den ich ja über einen Fahrzeugbrief rausfinden konnte, du, warum hast du den Wagen eigentlich abgegeben? Ist ja eigentlich ein mega schicker Wagen, hatte eben auch, oder ich wollte eben nochmal herausfinden, der steht ein bisschen tiefer, hat ein ST-Fahrwerk drin und ich wollte halt, äh, wissen, ob der da noch die Rechnung von hat oder ob er wusste, ob, wenn er das nicht eingebaut hätte, ob das irgendwie ein Vorbesitzer davon eingebaut hätte. Und, äh, was dann kam, stellte eigentlich alles auf den Kopf. Ich bin gerade am Zittern, aber das liegt mehr daran, weil es hier gerade sehr, sehr kalt ist, aber als ich die Nachricht bekommen habe, war ich nicht am Zittern, weil es kalt war, sondern weil es mir tatsächlich auch einfach kalten Rücken runterlief. Er sagte, ja, also, wirklich freiwillig habe ich den Wagen nicht abgegeben, aber ich hatte einen Unfall. Ich sagte, ja, lass mal am besten mal später telefonieren. Ja, und dann irgendwann rief er mich am Nachmittag an und hat mir erzählt, was mit dem Wagen passiert ist, was mir der Verkäufer nicht erzählt hat. Das war ein leichtes Déjà-vu, weil ich genau den gleichen Unfall auch hatte. Ein Bordschein mitgenommen, gedreht, Axt hinüber. Er hat mir das Gutachten geschickt, jetzt gehe ich da eben mal rein, um das vorzulesen. Also, der Verkäufer hat es, wie gesagt, als Unfall frei verkauft. Räder beschädigt. Vorderachshälfte außerhalb der Herstellervorgaben. Lenkung beschädigt. Austausch erforderlich. Vorderachsträger angeschlagen. Hinterachshälften, Hinterachsträger verbogen. Schweller verbogen. Ausgewechselt werden müssen Stoßdämpfe. Hier sind immer noch drin. Querlenker, Schwenkelhager, Lenketriebe, Spurstange, Hinterachsträger, Vorderachsträger. Ich habe natürlich direkt den Verkäufer angerufen. Ey. Der Wagen ist nicht unfallfrei. Doch. Er hat nichts. Super, der Wagen. Nee, ich habe hier Gutachten vorliegen. Der Wagen ist nicht nur ein Unfallwagen, der Wagen ist ein Totalschaden. Ja, nee. Super, ich bin in Gefahren, alles gut. Nee. Der ist nicht alles gut. Der Wagen ist kaputt. Hast du irgendwie, weißt du davon was? Hast du irgendwie eine Rechnung von der Reparatur, was gemacht wurde? Nee, ich weiß da nichts von. Okay. Komisch. Ich habe ihn am nächsten Tag noch mal angerufen. Ich hatte erst überlegt, so machst du jetzt ein Gutachten von dem Fahrzeug, um herauszufinden, ob alles repariert wurde. Aber wenn ich das jetzt gemacht hätte, hätte ich es bezahlt. Ich hätte das Geld nie wieder gesehen wahrscheinlich. Wir wollen dann am Montag noch mal sprechen. Ich habe ihn am Montag angerufen. Ich so, wie sieht es aus? Nee, der Wagen hat, wie gesagt, den Unfall. Wusstest du davor was von? Nee, weiß ich nichts von. Ich habe mich natürlich das Wochenende schlau gemacht. Und es gibt so ein paar Dinge beim Gebrauchtwagenkauf. Das eine ist die sogenannte Sachmängelhaftung, Gewährleistung. Und dann gibt es auch noch Täuschung. Die Sache ist, ich bin zwar Privatperson, kauft habe ich den Wagen aber jetzt nicht privat, sondern eben auch gewerblich. Das heißt, wenn ein Gewerber ein Gewerbe verkauft, dann ist es möglich, diese Gewährleistung auszuschließen. Ich habe auch gesagt, weil der Preis, den wir für den Wagen hatten, war mehr ein Preis für eine Privatperson. Und ich habe gesagt, ich unterschreibe den Kaufvertrag wirklich nur, wenn diese Sachmängelhaftung drin ist, also wenn die Gewährleistung nicht ausgeschlossen wird. Das heißt, wir haben die Gewährleistung oder den Gewährleistungsausschluss haben wir gestrichen, sodass Gewährleistung besteht. Heißt im konkreten Fall, wenn ein erheblicher Mangel an diesem Wagen besteht, in Höhe von mindestens fünf Prozent des Kaufpreises, muss der Verkäufer den Mangel beheben. In der ersten Hälfte, ich meine, das ist ein Jahr lang, das heißt in den ersten sechs Monaten muss der Verkäufer beweisen, dass der Wagen, als er verkauft wurde, heile war. In der zweiten Hälfte, also in den zweiten sechs Monaten, müsste ich als Käufer beweisen, dass der Wagen, als ich den gekauft habe, kaputt war und nicht so beschaffen war, wie es im Kaufvertrag drin steht. Beispielsweise, wenn, er hat jetzt auf der Fahrerseite fehlt dem Spiegel, ein Spiegelglas, aber das ist unerheblich, hat er gesagt, schickt er, hat er nicht geschickt. Oder wenn beispielsweise nicht Motorhaube nicht zugehen würde, irgendwas wäre, was ausgetauscht werden müsste, was halt ein Sachmangel ist. Die Sache bei einem Unfall ist, der kann ja repariert werden, aber der Unfall geht dadurch ja nicht weg. Das heißt, das ist kein Sachmangel. Und dafür gibt es eben den Fall der arglistigen Täuschung. Du kannst den Wagen ja reparieren, aber dann musst du ihn als reparierten Unfallwagen verkaufen und nicht als unfallfreies Fahrzeug. Er wollte sich dann, also ich habe ihn am Montagmorgen angerufen. Er sagt, ich weiß noch nichts. Ich rufe dich im Laufe des Tages an. Heute ist Samstag. Er hat sich bislang immer noch nicht gemeldet. Das heißt, ich habe unter der Woche dann einen Brief rausgeschickt an ihn und den Kaufvertrag angefochten. Ich möchte den Wagen, wie gesagt, privat fahren. Und es gibt keine Rechnung oder irgendwas darüber, was mit dem Wagen gemacht wurde. Das heißt, wenn mein Verkäufer den nicht von meinem Vorbesitzer gekauft hat, sondern dazwischen noch ein, zwei, drei Händler eingeschaltet oder zwischengeschaltet waren, dass von dem Käufer von meinem Vorbesitzer bis zu meinem Verkäufer irgendjemand lügt. Irgendjemand vertuscht diesen Unfall. Irgendwas wurde an dem Wagen gemacht, weil die Felgen, ihr könnt es sehen, sind ja so weit wie der Heile. Ich kann mal ein Bild anblenden, wie das aussah. Irgendjemand betrübt auch. Und aktuell bin ich der Leidtragende. Weil ich habe dieses Fahrzeug, ich habe das Fahrzeug gekauft. Ich bin aktuell Eigentümer dieses Fahrzeugs, aber will das ja natürlich nicht sein. Ich habe ein, laut Kaufvertrag, unfallfreies Fahrzeug gekauft. Ich bezweifle sogar, dass irgendwas wirklich von dem, was im Gutachten geschrieben wurde, was gewechselt werden muss, auch gewechselt wurde wirklich. Außer die Felgen. Ich glaube, der Wagen ist tatsächlich einfach nur äußerlich, sodass er wieder schick aussieht. Aber unten drunter ist er vollkommen hinüber noch wie vorher. Die Sache ist tatsächlich auch die, nicht nur als ich den Wagen besichtigt habe, habe ich ihn gefragt. Er wurde mir hierhin geliefert, zur Firma. Und als er auf dem Transporter stand, habe ich unten am Unterboden so einen Cut gesehen. Ich so, wo kommt denn der Cut her? Ja, der ist aufgesetzt, als ich den auf den Transporter gefahren habe. Ich so, okay. Ja, komisch. Aber war für mich in dem Moment schlüssig, weil er liegt tiefer. Hat hier auch beim Abladen, hat er auch nochmal aufgesetzt. Man meinte der Verkäufer, ja, kommt vorbei. Wechseln wir aus. Da ging es auch noch darum, hier das Plastikteil für den Wagenheber ist abgegangen. Die Sache ist, das war aber alles lose, nicht weil er aufgesetzt hat, sondern weil das noch von dem Unfall komplett im Eimer war. Ich habe ja die Bilder aus dem Gutachten und dadurch ist das Ding vollkommen unten aufgesetzt. Hat den Bordschner, wie gesagt, mitgenommen und dadurch ist das kaputt gegangen. Dass sie hier aufgesetzt hat, war quasi nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Ähm, ja. Ich habe, wie gesagt, den Brief hingeschrieben, Kaufvertrag angefochten. Ich warte noch auf die Antwort. Ich bin kein Freund, direkt einen Anwalt einzuschalten. Ich bin eigentlich ein Freund davon, dass man sowas persönlich klärt. Kann man in diesem Fall meiner Meinung nach eigentlich auch. Ja, dafür brauchst du halt einfach zwei Seiten. Ich bin mehrmals auf ihn zugekommen, habe ihn angerufen und wollte das so klären. Jetzt ging das Schreiben raus. Jetzt hat er, wie gesagt, zwei Wochen Zeit. Ich muss sagen, muss er den Wagen eben wieder zurücknehmen, das Geld zurückzahlen. Weil ich will ja mit euch auch ein Projekt machen. Ich will ja ein Projektfahrzeug mit euch umbauen. Ich habe Bock, Sachen wie Innenraumpflege. Sachen wie beispielsweise Infotainment auf den neuesten Stand bringen. Wie kann man aus einem Fahrzeug von 2012 das jetzt in so einen 2022er Zustand bringen? So CarPlay oder Android Auto. Natürlich kann man auch am Fahrwerk was ändern, motortechnisch was ändern. Aber wenn das Fahrzeug nicht sicher ist und es kann mir niemand bestätigen, dass der Wagen sicher ist, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Die Überraschung ist kaputt. Ich wollte euch ja, wie gesagt, eigentlich überraschen. Ihr wisst jetzt Bescheid, dass es irgendwas geben wird. Weil nur weil der Wagen jetzt zurückgehen wird, heißt das ja nicht, dass ich dadurch kein Projekt machen möchte. Ich möchte trotzdem mit euch ein Projekt machen. Am liebsten auch dieses Jahr. Das heißt, wenn der Wagen zurück ist und das Geld wieder da ist, werden wir dann halt gemeinsam auf die Suche gehen nach einem neuen. Ob das ein 1,25 wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch ein 1,35. Ich will auf jeden Fall ein Sechszylinder haben. Weil ich glaube, das ist so aktuell, das kriegst du jetzt noch und danach auch nie wieder. Der Markt ist schon so gut wie leer bei den Teilen. Ja, ich will mit euch Spaß daran haben. Aber eben auch immer unter der Voraussetzung, dass es alles sicher ist. Und das ist bei diesem Wagen gerade einfach nicht gegeben. Und wie gesagt, wenn ich ein Gutachten machen würde, würde ich auf den Kosten sitzen bleiben. Und warum sollte ich das tun? So ist gerade der Stand der Dinge. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Ich werde den wahrscheinlich auch nochmal anrufen, obwohl das eigentlich jetzt sein Move sein müsste. Und hoffe, dass er schnell über die Bühne geht. Was mache ich bei anderen Käufen anders? Weiß nicht, muss ich mir jetzt... Klar, dann muss man den vielleicht doch nochmal auf die Hebebühne heben vorher. Da muss er halt dann irgendwo auch auf den Verkäufer vertrauen. Ist die Sache. Und das habe ich in dem Fall gemacht. Ich habe mehrmals nachgefragt an den verschiedensten Stellen. Es wurde im Unfallfreiheit versichert. Er hätte das überprüfen müssen, bevor er diese Aussage tätigt. Der Cut war, wie gesagt, für den Unfall da. Den muss er vorher auch gesehen haben. Und wenn er da kein Gutachten in Auftrag nimmt und einfach sagt, der Wagen ist unfallfrei, ohne es wirklich zu wissen, ist das genauso aklistige Täuschung, wie als wenn er es tatsächlich gewusst hätte und es mir tatsächlich verschwiegen hat. Beides ist der Fall von aklistiger Täuschung. Wie auch immer es jetzt konkret war, ist mir egal. Der Wagen kommt zurück. Es tut mir an der Stelle leid, dass sich das ganze Projektding jetzt etwas verzögern wird. Aber dafür gehen wir dann jetzt gemeinsam auf die Suche und auf die Reise und schauen nach einem neuen Projektfahrzeug, wenn das ja abgeschlossen ist. Wie heißt es so schön? Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, sind wir noch nicht am Ende. Das wird denke ich und hoffentlich auch hier der Fall sein. Das ist alles, was ich an dieser Stelle sagen kann. Ja, bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und hoffe, dass euch sowas nicht widerfährt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, worauf ihr mehr Bock hättet. 1,25, 1,35, Coupé oder Cabrio. Da machen wir uns gemeinsam auf die Suche. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich denke, da sind bestimmt auch noch andere Leute draußen, denen es ähnlicher geht. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video und dann wird er etwas besser gelaunt. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was es dann im Endeffekt irgendwann mal für einen Wagen gibt oder was es für einen Wagen gibt. Und ich würde sagen, ja, reicht jetzt auch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.